Früher habe ich das so gemacht, wo ich ein Auto gehabt habe, in Italiener Dottomont. Ich hatte viel Kohle und ich habe ein teures Leben gehabt. Da bin ich von A nach B gefahren. Und wenn ich nach München gefahren bin, vom Wald Greiburg, um irgendjemanden zu besuchen, dann bin ich am einen Tag 200 Kilometer gefahren. Ich habe mich mit gewissen Leuten verabredet, als ich mich nicht auf dicke Hose mache und habe mir die Sau losgelassen. Der Geschäftskollege von mir hat ein Geschäftsfreund oder ein stinknormaler Freund. Der hatte Frauen, ich hatte Frauen und ein bisschen Geld. Was willst du noch mehr haben? Das ist nochmal so. Ich bin Italiener. Geld, Auto und Frauen, was anderes gibt es nicht. So sieht es aus. Ich lebe noch einmal, was soll es denn? Tod bin ich immer. Und immer dieselbe Frau zu haben, ist doch langweilig auf die Dauer. Komm. Nach 24 Stunden, nach 48 Stunden weißt du, was sie ist, was sie macht, was sie will, bla 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 bla. Die Karte der 3. ist bald voll. 1. 1. 2.